Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasis-Qualifikationsprüfung aus dem Herbst 2010 in dem Fach N-Tegel. Gerechnet werden soll, oder besser besprochen, soll heute die Aufgabe 1 werden. Und bei dieser Aufgabe 1 geht es um eine Rohrleitung, die durch eine Opferanode geschützt werden soll. Also die Skizze des Problems sieht eben so aus, dass wir einen Rohrmantel aus Eisen haben. Und in dieser Rohrmantel aus Eisen wird über irgendein Draht mit einer Magnesiumanode verbunden. Das ist der Sachverhalt. Alles befindet sich im Erdreich, sodass hier also tatsächlich auch eine elektrische leitende Verbindung vorliegt. Und dazu werden jetzt einzelne Fragen gestellt. Die Frage hinsichtlich der Korrosionsart wäre also gesucht. Wir unterscheiden die Korrosion ganz allgemein in elektrochemische Korrosion und in chemische Korrosion. Die chemische Korrosion ist das Verzundern von Eisen auf der Oberfläche bei hohen Temperaturen infolge des Luftsauerstoffs. Wir schauen uns mal die elektrochemische Korrosion an, weil sie so wirklich wichtig ist und die Mehrzahl aller Korrosionsschäden verursacht. Zunächst stelle ich mir folgenden Sachverhalt vor. Unsere beiden Werkstoffe befinden sich in einem Behälter. Dieser Behälter ist mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt und diese Flüssigkeit heißt bei uns Elektrolyt. Ein Elektrolyt ist also ein elektrisch leitendes Material. Wenn dieses hier Eisen sein soll, dieses hier ist